Hallo liebe Schülerin, hallo lieber Schüler. Wir lernen nun die grammatischen Zeiten des Verbs, des starken Verbs Treffen. Präsenz. Ich treffe ihn morgen Mittag. Perfekt. Er hat sich mit ihm getroffen. Perfekt. Das Präteritum. Wir trafen uns das letzte Mal vor einem Jahr. Es ist lange her. Das Plusquamperfekt. Er hatte ihn niemals getroffen. Das Futur. Er wird sie nie mehr treffen. Sie ist weg. Sie ist gegangen. Lernen Sie wieder die Verbformen, also der Infinitiv Treffen. Dann die Vokalveränderung in der zweiten und dritten Person von E auf I. Also du triffst. Er seh es trifft. Das Präteritum traf. Das Partizip 2 getroffen. Mit Perfekt. Mit haben das Perfekt. Hat getroffen. Dankeschön. Das Präteritum. Danke. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020